Diese Woche bei Hour of Power. Unser Gastprediger Ed Stetzer predigt über das Thema Licht und Salz. Er spricht über vier Aspekte, die uns helfen können, inmitten von Konflikten und Spaltung angemessen zu reagieren. Sie möchten die Konflikte in einer gespaltenen Welt überwinden? Dann repräsentieren Sie Jesus Christus und sein Reich. Als Nachfolger Jesu sollen wir Licht und Salz in dieser Welt sein. Neugierig geworden? Dann schalten Sie ein und entdecken Sie Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen.